Was gibt es Neues am Immobilienmarkt? Was sind deine Erkenntnisse? Wie siehst du den Markt aktuell? Und ich verstehe nicht, was daran nicht zu checken ist. Ich verstehe es einfach nicht. Also irgendwas stimmt da oben nicht an der Stelle und es sind keine professionellen Systeme am Start. Also wer jetzt nicht checkt, dass er sein Business auf ein neues Level heben muss, der kriegt die volle Breitseite. Der kriegt die volle Breitseite und der wird Probleme kriegen. Das ist ganz einfach. Herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Immolution. Und zwar heute haben wir uns was ganz Besonderes überlegt und zwar ein sogenanntes Markt-Update. Das heißt, wir werden heute einfach mal so ein bisschen über den aktuellen Immobilienmarkt sprechen, über die Entwicklungen und einfach auch mal so ein paar datenbasierte Fakten raushauen, die vielleicht den einen oder anderen interessieren sollten. Ich werde nämlich heute hier an meinem Geburtstag gezwungen, in diesem Podcast zu sitzen. Deshalb lassen wir uns doch mal was Neues einfallen. Erstmal Happy Birthday! Dankeschön! Happy Birthday zum Geburtstag! Ein neues Lebensjahr. Also let's go! Was gibt es Neues am Immobilienmarkt? Du hast dich ja in den letzten Tagen auch intensiv nochmal damit beschäftigt, einige sehr interessante Fakten rauszufiltern für uns, für unsere Kunden. Erzähl mal, was sind deine Erkenntnisse, wie siehst du den Markt aktuell? Also ja, ich habe den gesamten, also ganz Deutschland analysiert, auch Teilmärkte, Großstädte, auch kleinere Städte mir angeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass wir etwas Historisches haben aktuell. Also etwas, was so in dieser Form noch nicht da gewesen ist. Wir haben einerseits steigende Zinsen in den letzten zwölf Monaten gehabt. Also nicht zwölf Monate ist falsch, sondern der Punkt war so Juni, also Mai auf Juni letzten Jahres, wo die Zinsen abgegangen sind. Und wenn wir uns jetzt den Markt anschauen, was gerade passiert, ist es wirklich mehr als spannend. Und zwar zuallererst können wir sehen, dass die Preise, die Kaufpreise sich all over Deutschland nicht wirklich signifikant verändert haben. Das bei steigenden Zinsen ist schon ungewöhnlich. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, der sehr spannend ist, nämlich, dass die Verweildauer, also die Angebotsdauer im Netz wohlgemerkt, weil wir reden ja jetzt von Angebotsdaten, runtergegangen ist. Die ist runtergegangen. Also man müsste jetzt, wenn man so ganz einfach denken würde, würde man sagen, okay, die müsste ja normalerweise hochgegangen sein, die Zeit. Weil wir haben gleiche Preise, höhere Zinsen, müsste ja normalerweise das Ganze hochgehen, die Verweildauer. Jetzt haben wir aber noch ein paar, noch was sehr, sehr Interessantes, dass, sehr interessant, signifikant die Anzahl der Objekte, die angeboten werden im Vergleichszeitraum erstes Quartal, zweites Quartal 2022 zu jetzt, die Angebote gestiegen sind. Also es sind mehr Immobilien auf dem Markt als vorher. Interessanterweise, jetzt macht es auch dann schon wieder Sinn, denn mehr Angebote auf dem Markt, aber mit kürzerer Verweildauer, also kürzerer Angebotsdauer. Was sagt uns das? Dass die Verkäufer, also die Makler, auf der einen Seite die Strategie der Wunschpreisvermarktung des Verkäufers nach wie vor beibehalten. Was wiederum auch ganz klar ist, nämlich die Makler ändern ihre Arbeitsweise nicht. Es wird immer noch nach wie vor Aufträge reingeholt, also Aufträge sammeln, reinholen, was geht. Also immer schön weiter, weiter, weiter. Aber die Geduld auf der Seite der Verkäufer wird geringer. Verkäufer versuchen privat zu vermarkten, merken es klappt nicht, nehmen das Objekt wieder raus. Testen. Nur mal so ganz einfach jetzt. Also kurz als Zwischenfrage, das heißt die Verweildauer, die kürzere Verweildauer kommt zustande, weil die Immobilien frühzeitig runtergenommen werden, weil kein Verkauf stattfindet. Das ist ein Grund davon. Es gibt natürlich mehrere. Eine gewisse Nervosität, ich teste mal den Markt an, ich gucke mal, ich kriege es nicht verkauft. Ja, also das kann natürlich, es hat nie nur einen Grund, es hat mehrere Gründe, aber es ist halt interessant von der Beobachtung her, dass, und ich will jetzt auch gar nicht, wie heißt das, Kaffeesatz Leserei machen, aber am Ende des Tages ist es ein Phänomen, dass bei steigenden Zinsen und aktuell gleichbleibenden Preisen, natürlich mit leichter Tendenz nach unten an verschiedenen Standorten, also in München ist es so irgendwo im unteren, also unteren Teil des Quadratmeterpreises, also niedrigste Quadratmeterpreise sind schon so 10, 12 Prozent runtergegangen über den gesamten Standort München zum Beispiel. Das gleiche, habe ich mir natürlich dann angeschaut, ist in Hamburg ähnlich, also in den größeren Städten ist der Preis schon so 10, 12 Prozent runter, also hat er nachgegeben, aber eben nicht all over Deutschland. Jetzt müssen wir natürlich alle Standorte damit einbeziehen. Also der Punkt ist, es wird nach wie vor von der Arbeitsweise noch gleich gearbeitet, also es hat sich nicht signifikant etwas verändert, also Wunschpreise sind nach wie vor das Ding. Was denkst du, woran das liegt, dass das so ist, dass nichts geändert wird? Naja, also das hat einerseits definitiv was mit den Fähigkeiten zu tun, also das einfach, es ist eine bestimmte Fähigkeit notwendig, einem Verkäufer draußen durch eine professionelle Bewertung, durch auch eine professionelle Gesprächsführung und auch ein Verstehen, wie gehe ich mit dem Verkäufer überhaupt um, wie muss ich kommunizieren. So, und da ist natürlich der leichteste Weg, der Mensch geht ja gerne den Weg mit dem geringsten Widerstand, so oder sagen, kein Problem, machen wir so, wie sie wollen. So, das ist natürlich klar, da kriegst du natürlich viel einfacher und leichter die Aufträge, bringt nur am Ende des Tages nichts, weil du vergraulst dir natürlich die Verkäufer auf Dauer damit, weil die Verkäufer, wir haben ja an verschiedenen Standorten schon die Erlebnisse, dass uns praktisch unsere Kunden mitteilen und sagen, wir sammeln, also nicht Auftragssammler, aber uns rufen gerade die Verkäufer an, weil sie unzufrieden mit anderen Maklern sind, weil die es nicht hinkriegen, weil die es nicht auf die Kette kriegen und das ist eben kein Einzelfall. So, das hat was mit Fähigkeiten zu tun und ich gehe den Weg mit dem geringsten Widerstand. Ich kann es nicht besser, ich weiß es nicht besser und ich glaube, das ist natürlich auch die richtige Strategie, weil damit stimme ich ja eher zu und überein, wenn ich sage, oh, ich muss keinen Stress machen beim Verkäufer und blablabla. Das ist logisch. Hast du denn noch, sage ich mal, andere Dinge festgestellt, Bemerkungen, wo du sagst, okay, das ist gerade wirklich bemerkbar am Markt und da sind, sage ich mal, Red Flags, da gehen die Signallampen an? Ja, also wir haben eine weitere ganz klare Signallampe, das ist schon fast ein Feuer, was lichterloh und brennt. Wir haben ja den 1. Mai vor der Brust als Feiertag und da ist es tatsächlich ein echtes Maifeuer, kann man nicht anders sagen. Ein Bauträger kann aktuell ein Grundstück geschenkt bekommen und er kann nicht wirklich wirtschaftlich bauen, weil die Baukosten so explodiert sind. Die Baukosten sind extrem hoch. Das ist also definitiv ein Problem. Ja, das ist wirklich ein Problem bei gleichzeitig niedriger Verfügbarkeit der Bauunternehmen, weil ja noch die Auftragsbücher bei den Handwerkern auch voll sind. Ja, die sind einfach voll. Die haben kein Zick, die haben keinen Bock, die können sich noch die Aufträge raussuchen. Also das ist wirklich gerade nicht so ganz einfach. Ein weiterer Punkt ist, dass natürlich alle das ESG, also das Energiespargesetz, so drücke ich es jetzt mal aus, auch kommt. Das heißt also, die Sanierungs-, Modernisierungsbedürftigen Immobilienhaben überlegen sich natürlich jetzt auch, soll ich jetzt eher verkaufen oder modernisieren, sanieren, also Heizung und so weiter. Also da kommt ja was angerauscht. Wer auch immer das zu verantworten hat, wollen wir jetzt nicht tiefer diskutieren, aber der Punkt, da rauscht was an. Auch das löst ja wieder gewisse Dinge einfach aus. Ja, dann haben wir natürlich auch Investitions-, also Kapitalanleger, wer im Markt ist und als Makler aktiv ist, der wird merken, dass das Thema Kapitalanlage schwerer zu verkaufen ist aktuell als eben der Eigennutzer. Ja. Und die Vermarktungsdauern, also wenn ich jetzt auf der einen sage, die Verweildauer sinkt, all over Germany. Auf der anderen Seite kriege ich aber die Response von den Maklern, dass die Objekte nicht mehr so schnell, nicht überall, aber so doch signifikant, nicht so schnell zu verkaufen sind oder nicht so schnell verkauft werden wie vorher. Ja, ist ja im Prinzip, ist ja gegenläufig. Was ist da los? Also das heißt, das was wirklich angeboten wird, aber das was tatsächlich verkauft wird, das sind ja Unterschiede. Also das heißt, daher kann ich auch ganz klar sagen, also diese Verweildauer im Netz ist nicht gleich, das ist raus, also sprich verkauft. Auf gar keinen Fall. Das stimmt definitiv nicht. Das führt uns zu ein paar wichtigen Punkten. Erster Punkt ist, Verkäufer haben noch keinen Druck. Die testen aus, ich muss ja nicht verkaufen. Eins der typischen Argumente von Verkäufern. Ich muss ja nicht verkaufen. Also nimmt das wieder runter. Der Druck wird aber kommen, auf kurz oder lang. Entweder, weil das Haus zu groß, zu klein, die Gründe sind immer dieselben, muss ich jetzt hier nicht erzählen im Detail. Also da kommt auf jeden Fall was. Kommen wir nochmal zurück zu den Kapitalanlegern. Kapitalanleger, das sind ja die, die fremdfinanziert die Immobilien kaufen. Also müssen die ja, jetzt sind wir beim Kaufpreisfaktoren, also das heißt, es sind ja teilweise immer noch Objekte zum, ich habe es gestern gesehen, 40-fachen, 35, 38-fachen, das ist natürlich komplett hirnverbrannt. Das heißt also, ein Anleger kann, der muss deutlich, deutlich unter dem 20-fachen, also der will natürlich 13, 12, in schlechten Lagen 10-fach kaufen und den anderen eben 13, 14-fach. Weil sonst ist es nicht rentabel für ihn. Also die vermieteten Immobilien sind schwieriger zu verkaufen. Dann hast du die Großprojekte, da sind jetzt, da ist jetzt, sind jetzt die auf dem Markt, das kommt ja auch, die haben Investitionsdruck. Die müssen Geld anlegen und zwar in Immobilien. Wer ist das? Das sind die Immobilienfonds. Und zwar die, die das Geld von Kleinanlegern einsammeln, die DK-Fonds dieser Welt, die am Ende einen bestimmten Teil ihres Geldes natürlich immer in Immobilien investiert haben müssen. Die können ja jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wir packen jetzt mal 80 Prozent in Cash. Das geht nicht. Also die müssen investieren. Und jetzt können wir natürlich mal lang und breit darüber nachdenken, was jetzt dann passiert. Wenn der Kleinanleger sein Geld verbrennt, ist ja nicht schlimm. Wie immer. Wer zahlt die Zeche am Ende des Tages? Also da sind einige Sachen, die anrauschen, die vor allen Dingen so noch nicht stattgefunden haben. Dann kommt noch ein weiterer Punkt, nämlich die Zinsentwicklung. Das heißt, wenn wir jetzt das Chart, das 10-Jahres-Chart uns angucken, von 23 auf 13, werden wir eine Sache feststellen. Dass genau da und zwar von 2013 auf 2014 die Zinsen runtergegangen sind. Bei 2013, 2012, 2013 waren wir ungefähr auf dem Niveau von heute. So Pima Daumen. Dann sind die Zinsen runtergegangen. Das heißt also alle die, die ab da festgeschrieben haben, 10-Jahres-Konditionen. Wann laufen die aus? Im kommenden Jahr. Im kommenden Jahr. 2014, 2015. Das heißt, der GAU kommt noch. Das heißt, der Druck wird in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. Da geht die Party erst richtig los. Das Wasser im Kessel wird gerade heißer und heißer und irgendwann kocht es über. Klar. Also man kann also ein paar Dinge, was sind jetzt die Schlussfolgerungen daraus? Also der erste Punkt ist, wer als Immobilienmakler jetzt nicht wirklich Gas gibt und anfängt, endlich zu verstehen, dass er ein vernünftiges System aufbauen muss. Dass er wirklich absolut professionell, Experten-like arbeiten muss und nicht jeden Auftrag einfach mehr annehmen kann und es einfach keinen Sinn macht. Der wird zerlegt. Der kriegt auf die Glocke, weil der wird sich ein riesen, wie heißt es, Volumen an Objekten, die ihr nicht verkauft, kostet ja auch Geld. Also wenn ich jetzt mal so 20, 30 Objekte habe, die ich nicht verkauft kriege und ich muss das Marketing dafür bezahlen, kriege aber keine Kohle rein, da wird mir natürlich schon der Hals enger gezogen. Es ist ja das Plus, also du setzt dich ja auf so massive Hoffnungen danach drauf, weil mal angenommen, du hast 20 Immobilien im Bestand, die du alle seit sechs Monaten irgendwie probierst zu bearbeiten, zu verkaufen und du bist ja immer am Hoffen, dass es jetzt endlich klappt, weil du sitzt auf drei, vierhunderttausend Euro Provisionen, was dein ganzes Business zerstört, weil dein Fokus einfach nur noch darauf ist. Und wenn du in den bestimmten Standorten bist, rechne mal 20 Objekte in München, das sind andere 20 Objekte als im Sauerland zum Beispiel oder irgendwo in der Eifel. Da redest du auch ganz schnell von einer ganz anderen Provisionshöhe, die du da vorhältst und vorschiebst. Also im Endeffekt, es gibt verschiedene Lösungen, die haben wir ja auch schon an verschiedenen Stellen. Wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt des Podcasts hier, wo da ausgestrahlt wird, gerade ein Webinar zum Thema Zinskrise hinter uns. Und am Ende des Tages muss der Markt, die Immobilienmakler müssen irgendwann einfach verstehen, dass sie durch die unterschiedlichen Zyklen, ob das damals die Vermieterprovision war, ob es 2021 die Änderung der Maklerprovision, geteilte Provision, bla bla bla. Also so viele verschiedene Änderungen und jedes Mal wird irgendwie rumgetrickst, also rumgetrickst. Und es sind keine professionellen Systeme am Start. Also wer jetzt nicht checkt, dass er sein Business auf ein neues Level heben muss, der kriegt die volle Breitseite. Der kriegt die volle Breitseite und der wird Probleme kriegen. Das ist ganz einfach. Und auch die da draußen so tun, als wenn sie ein System hätten, haben aber einfach keins. Weil sie einfach nicht sauber und prozessorientiert arbeiten. Das fängt eben an beim Einkaufssystem, beim Verkaufssystem. Und ja, der wird halt einen Heidenspaß kriegen. Der wird einen Heidenspaß kriegen. Und vielleicht zu guter Letzt noch, wirklich als allerletztes, ist einfach die Thematik, dass wenn du so arbeitest als Auftragssammler und du hast, das kommt ja dazu, wer hat denn schon Bock, wenn er vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten dem Verkäufer seinen schönen Wunschpreis im Kopf gelassen hat. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, pass auf, das wird nichts. Wie viele Makler lassen denn das Geschäft einfach liegen? Also sie sprechen nicht drüber. Sie reden, sie hoffen, dass das irgendwie dann von alleine geht. Also diesen Mut auch noch dann zu haben und jetzt auf die Verkäufer hinzugehen und sagen, den Preis weiter zu senken und zu senken. Und zwar dem klaren Wissen nach, dass er, wenn er einigermaßen halbwegs seinen Verstand beisammen hat, dass er die Immobilie jetzt verbrennt auf dem Markt. Es ist einfach verantwortungslos. Punkt aus Ende. Es ist ein Verbrennen von Objekten auf dem Markt. Und ich verstehe nicht, was daran nicht zu checken ist. Ich verstehe es einfach nicht. Also irgendwas stimmt da oben nicht an der Stelle. Also wer so arbeitet, macht sich sein eigenes Geschäft kaputt auf Dauer, weil wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Jahren wird die Party erst richtig losgehen. Und wer jetzt nicht auf Profi stellt, auf Expertenniveau stellt, der kriegt einfach ein Ohr abgeschossen. So einfach ist das. Perfekt. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für das heutige Marktupdate. Eine neue Podcast-Folge. Könnt ihr euch darauf freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, genau, ich hätte es jetzt fast vergessen. Denkt auf jeden Fall dran, unten im Kommentarfeld ein paar Kommentare zu schreiben, auch wenn ihr vielleicht Sachen habt, die euch interessieren. Neue Impulse, neue Ansätze. Freuen wir uns auf jeden Fall darüber. Ansonsten für Termine mit mir, mit uns, könnt ihr euch einfach unten in der Infobox alle relevanten Sachen anschauen, Termin buchen und wir sehen uns schon bald im Call. In diesem Sinne. Ciao. In diesem Sinne.